Willkommen zur Wikipacker WG 2020 auf dem RC3 Remote, was sonst in diesem Jahr. Wir sind heute hier von Jugendtakt und möchten euch ein bisschen was zu den Jugendtakt Clubs erzählen. Die Events kennt ihr ja schon seit Jahren und nehmt daran teil. Ich habe das Vergnügen, heute mit Jasper zu sprechen aus Heidelberg und mit Lisa aus Heilbronn. Hallo. Hi. Wie geht es euch heute? Gut. Pandemiebedingt super. Voll aus die Sonne scheint, man wird ja anspruchsloser. Okay, aber dafür habt ihr umso mehr Spaß wahrscheinlich in den Labs. Ich würde die erste Frage gerne an Jasper stellen. Jasper, du bist ja eigentlich auch schon so ein altes Abpacker, was seit ein paar Jahren das Jugendtakt Event in Heidelberg organisiert. Genau. Und jetzt, seit diesem Jahr, hast du auch ein Lab. Wie kam es dazu? Und was unterscheidet denn so ein Event von einem Lab? Genau. Also wir sind hier in Heidelberg seit 2018 auf der Jugendtakt Landkarte fest verortet und betreiben hier schon seit über fünf Jahren so ein Makerspace, in dem wir eigentlich schon immer irgendwie sowas machen wie so ein Lab. Aber haben uns dann total gefreut, dass wir jetzt auch unter dem Label Jugendhackt Lab hier ein ganz besonderes Angebot für Jugendliche schaffen können, was eben, und da liegt auch schon der große Unterschied zu den Hackathons, einfach ein Angebot ist, was regelmäßig stattfindet. Denn alle, die die Hackathons kennen, von Teilnehmerinnen oder Mentorinnenseite, wissen, wie viel Energie, Leidenschaft und Spaß bei diesen Events herrscht. Und oftmals geht so ein Event einfach viel zu schnell vorbei oder eigentlich immer. Und wir haben uns oft schon gefragt, wie kann man das eigentlich irgendwie diese Energie weitertragen? Wie kann man regelmäßiger an Projekten arbeiten und dabei auch Ideen umsetzen, die manchmal eben mehr als nur ein Wochenende brauchen? Und genau, ich glaube, das ist genau das, in diese Kerbe schlägt die Idee und das Konzept der Jugendhackt Labs. Das tolle Motto mit Code die Welt verbessern auf so eine Verstetigung bringen und Jugendlichen in ihrer Region die Möglichkeit geben, sich einfach regelmäßig zu vernetzen, dabei wirklich bleibende Freundschaften aufzubauen und eben auch Projekte zu realisieren, die einfach ein bisschen zeitaufwendiger sind und wo man dann vielleicht auch etwas langsamer, ein bisschen mehr Ruhe lernen kann. Und genau. Aber letztlich ist die Idee gleich. Die Konzepte sind sehr ähnlich. Wir haben ja das alles, was in puncto Code of Contact, die ganzen Werte, die ganzen Philosophie, ob das jetzt Jugendhackt Hackathon oder Jugendhackt Lab ist, ist eigentlich vollkommen egal. Das ist ja alles Jugendhackt. Auch der Austausch und die Beziehung mit den Mentorinnen ist letztendlich die gleiche. Vielleicht noch ein bisschen intensiver in den Labs. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, jetzt da mit on board zu sein und haben, genau, erst ganz kürzlich im November im Nachgang zu unserem Hackathon unser Jugendhackt Lab eröffnet. Hier im DAI in Heidelberg in unserem Makerspace. Ja, genau. Ihr solltet ja eigentlich schon im Frühjahr öffnen und dann kam, ihr wisst schon, das ist ja fast schon das Wort 2020, von daher ein bisschen verspätet, aber fast zeitgleich mit Heilbronn. Lisa, magst du mal erzählen? Du bist ja ganz relativ neu hier im Jugendhackt-Kosmos. Genau. Was für dich so die Erfahrungen sind bis jetzt, die du gemacht hast? Ja, Mächtet, wie du ja gerade gesagt hast. Ich bin ja im Oktober ganz, ganz frisch gestartet und hat es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, gerade weil man sich natürlich nicht so sehen kann wie unter normalen Bedingungen. Aber ich glaube, wir haben es super gelöst und wir haben dann Ende November aufgemacht. Und natürlich geht man mit einer gewissen Sorge ran. Erreicht man die Jugendlichen? Kann man ein Angebot schaffen, was noch Spaß macht neben den ganzen Online-Veranstaltungen, Homeschooling? Aber ich glaube, wir haben es tatsächlich ganz gut geschafft und haben jetzt nach drei Veranstaltungen tatsächlich schon so einen kleinen Kreis aus, man könnte fast sagen, alteingesessenen Jugendlichen, die jetzt alle drei Veranstaltungen mitgemacht haben. Und ich glaube, es kann tatsächlich auch gelingen, eben online so eine gewisse Art Schutzraum zu schaffen, wo die Jugendlichen sich wohlfühlen, wo sie auch auf eine gewisse Art und Weise sogar schon Vertrauen fassen können. Also wir haben jetzt gemerkt von der ersten bis zur dritten Veranstaltung, die Jugendlichen werden lockerer, sie machen ihre Kameras an, sie sprechen mit den Mikrofonen und nutzen eben nicht nur den Chat. Und das ist sehr schön zu sehen, dass es auch digital gelingen kann. Ja, das klingt doch schon mal ziemlich gut, trotz angehender Remote-Müdigkeit. Aber das ist wahrscheinlich das neue New Normal, woran wir uns gewöhnen müssen oder auch nicht. Ich will mich eigentlich nicht dran gewöhnen. Ich glaube, viele Jugendliche freuen sich auch wieder live und direkt dabei zu sein, denn einige Sachen gehen ja noch nicht. Also erstmal bei euch im Makerspace ist es nun schwer, Remote an so eine CT-Träse zu kommen oder so. Absolut, hier ist es ein bisschen, also sehr, sehr schade, dass hier einfach stille eingekehrt ist. Und also wir brennen darauf, endlich wieder hier richtig unsere Türen und Tore aufzumachen. Und hatten auch natürlich für das Konzept, wie wir unser Lab starten wollten, mussten wir da komplett umplanen. Denn wir wollten eigentlich mit so einer kompletten Makerspace-Einführung starten, mal zu lernen, wie funktioniert ein 3D-Drucker, was ist Lasercutting. Ein bisschen mit der Elektronik-Ecke tüfteln und genau, das konnten wir jetzt alles nicht wirklich machen. Und ich meine, ich schließe mich Lisa vollkommen an, dass man Remote auf jeden Fall vieles schaffen kann. Ich war persönlich auch sehr davon überrascht, wie viel er möglich ist. Ich freue mich aber wirklich total, endlich wieder mit den Jugendlichen face-to-face in einem Raum zu sein. Und ja, auch einfach die Möglichkeiten, die gerade so eine Werkstatt einfach auch bietet für die Selbstentfaltung, für das Spüren der eigenen Energie und irgendwie auch, was man mit den Händen und mit Kopf zusammen irgendwie machen kann. Das vermisse ich schon sehr und das ist, glaube ich, gerade auch das, was die Jugendhack Labs dann irgendwie auch auszeichnet, dass man eben gerade auch an Hardware ganz anders arbeiten kann, als das bei den Events der Fall ist. Das stimmt. Wir sprechen gerade so ein bisschen über Remote und darüber, dass eben bestimmte Sachen eben nicht möglich sind, die normalerweise in so einem Makerspace möglich sind. Was wurden denn bis jetzt für Projekte bei euch gemacht? Also ich meine, ihr seid ganz frisch, aber woran arbeitet ihr gerade mit den jungen Menschen oder woran arbeiten die jungen Menschen gerade? Lisa, magst du kurz so ein bisschen erzählen? Klar, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, womit startet man? Und ich glaube, dass Digitalisierung, so dieses große Wort, man kennt es, die Jugendlichen haben es bestimmt schon mal gehört, aber oftmals begreift man vielleicht auch nicht, warum betrifft mich das eigentlich und wie beeinflusst mich das vielleicht auch in der Zukunft? Will ich da überhaupt mit teilnehmen? Und deswegen haben wir mit einem kleinen Impulsvortrag gestartet und haben den Jugendlichen einfach gezeigt, was für Möglichkeiten sich ihnen dadurch bieten können und dass es tatsächlich auch richtig viel Spaß machen kann, dass wirklich nicht jeder der Hacker der Zukunft werden muss, aber dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, so mit Neugier und mit Offenheit an diese Möglichkeiten ranzugehen. Und das wurde so gut angenommen, dass dann unser erster Programmier-Workshop wirklich mit ganz viel Enthusiasmus, mit ganz viel Spaß gemacht wurde und wie Jasper gerade gesagt hat, es gibt den Jugendlichen so viel, wenn die am Ende ein Ergebnis in der Hand haben. Und bei uns konnten sie dann eben am Ende einen Taschenrechner programmieren. Und das sind so diese kleinen Dinge, aber es gibt denen unwahrscheinlich viel, vor allem weil sie dann auch begreifen, was Digitalisierung oder IT und Technik für sie selber auch bedeuten kann. Und wir haben dann uns auch gefragt, was sind denn so die Bereiche, in denen die Jugendlichen wirklich schon mit diesen digitalen Werkzeugen arbeiten könnten und haben dann tatsächlich vor wenigen Tagen einen Workshop angeboten, in dem wir den SchülerInnen gezeigt haben, wie sie ihre eigenen Referate mit digitalen Werkzeugen aufpinden konnten. Und wurde wirklich gut angenommen, weil natürlich das Biologie-Referat wesentlich näher dran ist, als, ich sag mal, eine App programmieren. Obwohl man sagen muss, dass die Jugendlichen sehr ehrgeizig sind, sehr ehrgeizige Ziele haben und wirklich auch sagen, wir möchten Spiele entwickeln, wir möchten eine App programmieren, und wir möchten wirklich Dinge schaffen. Und wir arbeiten uns jetzt gerade so Stück für Stück ran, wachsen gemeinsam und macht einfach viel Spaß. Das klingt schon ziemlich cool. Das ist ja auch für Heilbronn, ihr seid ja ganz neu da, es gab kein Event. Das heißt, ihr baut euch gerade auch das Publikum auf. Also die jungen Menschen kommen ja relativ neu zu euch. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders in Heidelberg. Dadurch, dass es da das Event gibt, Jucktakt schon nochmal einen anderen Namen hat, macht ihr wahrscheinlich auch schon selbst remote andere Produkte oder andere Themen, oder? Ja, genau. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt dahin liegt, dass wir schon länger auf der Jugend-Kack-Karte sind, was wir jetzt unterschiedlich machen. Ich meine, was natürlich ein Riesenvorteil ist, ist, dass wir insbesondere, was unsere Mentorinnen anbelangt, einfach schon ein riesiges, gewachsenes Team haben von einem Pool von 20 Mentorinnen, die wirklich auch sehr konstant eigentlich jetzt schon seit drei Jahren hier bei uns im Städteteam sozusagen mit drin sind. Und ja, womit jetzt wir angefangen haben, ist, wir haben, weil wir eben unbedingt was mit Hardware machen wollten, haben wir den Teilnehmerinnen so kleine Kits geschickt, in denen ein Arduino-Microcontroller mit drin war, ein paar LEDs, ein kleiner Temperatursensor, so ein kleiner Taster und ein Buzzer, um die Jugendlichen sozusagen in das Microcontroller-Programming einzuführen. Denn was wir vorhaben, ist ja auch mal wieder ganz getreu dem Motto, mit Code die Welt verbessern, ist eine CO2-Ampel für die Klassenzimmer oder auch für zu Hause mit den Jugendlichen zu bauen. Denn genau, wie wir ja wissen, überträgt sich das Coronavirus über die Aerosole vor allem. Und man soll viel lüften, aber man weiß eigentlich oftmals gar nicht genau, muss man jetzt schon lüften, lüftet man zu viel, zu wenig, gerade in den Klassenzimmern ist es ein Problem. Und da hilft natürlich so eine CO2-Ampel, denn ungefähr mit dem CO2-Level steigt auch die Aerosolkonzentration. Und das ist auch, glaube ich, ein schönes Beispiel für das Jugendhack-Netzwerk. Denn im Verstehbahnhof in Fürstenberg im Lab haben Daniel und Simon dort so eine richtig coole CO2-Ampel entworfen. Und wir haben uns gemeinsam sozusagen in der Großbestellung die ganze Hardware aus China liefern lassen. Und genau, die wurden dann über Deutschland verteilt. Und wir haben auch so ein Päckchen abgeworfen bekommen. Und genau, tasten uns jetzt gerade mit den Jugendlichen ran an den Bau dieser Ampel. Da ist schon viel vorgegeben auch. Also es gibt einen fertigen Code. Man kann das auch einfach nur zusammenstecken und zack, läuft's. Und wir wollen sozusagen hinter diesen Code gucken und tasten uns jetzt langsam so ran. Und haben jetzt erstmal sozusagen bei Null mit Mikrocontroller-Programmierung angefangen. Ziemlich cool. Jetzt sind hier ziemlich viele Stichworte gefallen, wo ich dachte, ah, da könnte man direkt noch einhaken. Das eine ist, wow, ihr habt die Kids verschickt an die jungen Menschen da draußen. Und das kostet ja alles. Ist es für die Teilnehmenden eigentlich kostenfrei, ins Lab zu kommen? Müssen sie da irgendwas bezahlen? Wie ist das? Also bei uns ist es alles kostenlos. Wir haben tatsächlich den Leuten auch freigestellt, gerne eine kleine Spende zu geben für die Hardware, die sie bekommen haben. Denn, ja, also ich meine, wer sich's leisten kann, kann natürlich mit seiner Spende es wiederum anderen ermöglichen, solche Angebote auch wirklich in Zukunft und dauerhaft immer kostenlos anbieten, ja, wahrnehmen zu können. Genau, aber Labs und überhaupt Jugendhakt ist ja eigentlich immer eigentlich kostenlos, beziehungsweise für jeden möglich ist, kostenlos zu besuchen. Es geht ja auch darum, so wenig Hindernisse, so wenig Schranken wie möglich aufzubauen. Wir wollen ja auch diejenigen erreichen, die womöglich nicht die idealen Voraussetzungen von zu Hause mitbringen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man eben doch keine finanziellen Hürden überhaupt erst aufbaut, damit man möglichst vielfältiges Publikum auch erreicht. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Jugendhakt-Labs eben offen sind für alle. Und auch diejenigen, die keinen Laptop zu Hause haben, können sich normalerweise in Nicht-Pandemie-Zeiten immer auch einen Leih-Laptop ausleihen und mit dem weiterarbeiten oder einen Pad. Ich weiß von anderen Labs, dass sie jetzt auch in der Pandemie-Zeit schon Leih-Laptops ausgegeben haben für junge Menschen, was ja total cool ist. Ein anderes Stichwort, was gefallen ist, war das Mentoring. Jugendhakt besteht aus so vielen Menschen, die so viel ehrenamtlich und so viel Herzblut reinbringen, um Wissen weiterzugeben, um den Spirit weiterzugeben. Und Lisa, du musstest dir das jetzt gerade frisch aufbauen. Wie klappt das denn, die MentorInnen-Suche? Also vielleicht habe ich da den kleinen Vorteil, dass ja das Jugendhakt-Lab Heilbronn an der Hofschule Heilbronn verankert ist. Und uns war es von Beginn an ganz, ganz wichtig, dass wir auch so diese Synergieeffekte nutzen, die sich genau durch diesen Standort ergeben. Und wir haben ganz aktiv versucht, Studierende anzusprechen, weil hier natürlich auch der Vorteil besteht, dass sie vom Alter her sehr nah dran sind. Das heißt, dieser Wissenstransfer hat keinen großen Altersunterschied. Der gelingt dadurch ein bisschen leichter, weil die Lebenswelten auch näher beieinander liegen. Und es ist tatsächlich so, dass es vielen Studierenden richtig doll Spaß macht, das Wissen weiterzugeben. Und auch Jugendliche vielleicht auch für ein Studium im IT- oder Technikbereich zu begeistern. Gerade Jugendliche, die vielleicht nicht sofort daran gedacht haben, an eine Hochschule zu gehen. Und in dem Sinne, mit diesem ehrenamtlichen Engagement, es gibt so viele junge Menschen da draußen, die ihr Wissen weitergeben möchten, die sich engagieren möchten, denen das Spaß macht. Und vielleicht auch aus eigener Migrationserfahrung zum Beispiel zehren und wissen, wie schwer es sein kann, überhaupt erst mal an diese Bereiche ranzukommen. Von daher, wir arbeiten dran und wir stoßen da auf sehr fruchtbaren Boden, muss ich gestehen. Ja, das freut mich total. Also wenn ihr gerade zuhört und Lust habt, euch zu engagieren, ob in Heilbronn oder in Heidelberg oder Fürstenberg oder Cottbus oder Ulm oder in den ganzen anderen Labs, die wir bald gründen werden noch, könnt ihr euch natürlich immer anmelden. unter jugendhakt.org slash labs. Jasper, wie ist es bei dir mit den MentorInnen? Also ich meine, sie kennen nun diesen krassesten Sprint praktisch bei den Hackathons. Wie ist das, wenn sie jetzt regelmäßiger dabei sind? Macht das Ding genauso viel Spaß? Oder ich meine, Lebenswelten verändern sich auch ein bisschen für die MentorInnen manchmal? Ja, also lustigerweise gab es ein paar Mentoren, die sogar auch immer gefragt haben, wann eröffnet denn endlich das Lab? Weil ich würde so gerne mal länger an einem Hardware-Projekt mit Jugendlichen arbeiten. Also ich glaube, für die, die denn genau das, was Lisa beschreibt hat, beobachten wir auch. Und ich glaube, das tun alle in der Jugendhack-Community, dass natürlich der Spaß im Mentoring oftmals ähnlich groß ist wie auf teilnehmenden Seite. Also das macht einfach Spaß, Wissen zu vermitteln, zu sehen, dass man jungen Menschen irgendwie den Horizont erweitern kann und irgendwie ihn sowohl mit Perspektiven, was sie vielleicht mal beruflich mit IT machen können, aber irgendwie ganz konkret auch in den Inhalten irgendwie da weiterhelfen. Das befriedigt einfach und macht Spaß. Und genau, also ich glaube tatsächlich, dass das für die Mentoren nochmal eine coole Gelegenheit ist, auch Themen, für die jetzt wirklich auch ihr eigenes Herz brennt, den Jugendlichen zu vermitteln. Denn was ja bei den Hackathons oftmals der Fall ist, dass ja eigentlich die Ideen und Projekte ja alle von den Teilnehmenden kommen. Das versuchen wir natürlich bei den Labs auch so ein bisschen, Bedürfnisse, Interessen abfragen. Aber letztendlich schaffen wir ganz konkrete Angebote auch immer wieder, wo wir einfach sagen, okay, oder wir nehmen uns jetzt vor, im Februar wird es bei uns einen Workshop geben, keine Ahnung, zur Visualisierung von irgendwelchen Animationsgeschichten oder sowas. Und dann haben wir jemanden, der eben Animationsdesign macht, als Hobby oder vielleicht sogar auch als Beruf. Und dann können sich die Jugendlichen ganz konkret dafür eben auch anmelden. Und das ist natürlich immer wieder was anderes, wenn wirklich die Teilnehmer auf genau die Leidenschaft ihrer Mentorinnen auch irgendwie treffen und andersrum. Und ja, also unser Feedback bisher war da durchweg gut. Und die freuen sich auch über dieses etwas ruhigere Setting. Das ist nämlich, du hast es schon genannt, ein Hackathon ist tatsächlich einfach ein Sprint, der auch auslaugt, anstrengend ist, die ganze Zeit so zu socialisen und so viel drumherum zu haben, ob das jetzt remote oder physisch ist. Das nützt sich, glaube ich, nicht viel. Und da sind die Labs einfach ein bisschen laid back. Deswegen ist auch ein Getränk, was ganz oft bei den Hackathons konsumiert wird eben, eine Mate. Und ich habe das jetzt ja auch ganz authentisch mal getrunken. Ja, ich finde, das klingt alles total gut. Ach so, ich habe übrigens gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin übrigens Mechtelt und arbeite hier für den Takt Lab. Ich bin dafür verantwortlich, auch im nächsten Jahr. Und guck mal, ich werde euch gleich noch was erzählen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe vorher noch Fragen zu den beiden Lab-Leads hier. Wie vernetzt ihr euch denn untereinander? Du hast vorhin schon erst mal das Netzwerk ein bisschen beschrieben, auch praktisch, wie aus Fürstenberg die CO2-Ampeln praktisch bekommen habt. Jugendtag besteht dann noch aus einem ganz großen Netzwerk. Aber bei den Labs baut sich das ja gerade auf. Wie empfindet ihr das? Wir hatten im September das erste Treffen, tatsächlich noch live und direkt analog. Lisa, wie war das für dich, zum ersten Mal dabei zu sein? Ich wollte es gerade sagen, dieses Treffen. Natürlich kann Remote nicht 100 Prozent diesen Live-Charakter, dieses unmittelbare Erleben ersetzen. Und deswegen war dieses Treffen auch sehr, sehr dankbar für mich als völliger Neueinstieg, den ich ja da hingelegt habe. Wie vernetzen wir uns untereinander? Das Schöne ist, dass bei Jugendtakt Vielfalt geschätzt wird und dass man auch, egal ob man einen technischen Hintergrund, einen pädagogischen Hintergrund oder sogar einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund, wie ich ihn ja zum Teil mitbringe, all diese Fähigkeiten werden wertgeschätzt. Und man wird mit offenen Armen aufgenommen und bekommt eben wirklich das Gefühl, dass man zusammenarbeitet und alle Stärken gemeinsam auch nutzt. Und ich glaube, deswegen ist Jugendtakt auch so ein gutes Programm, weil eben diese vielfältigen Potenziale genutzt werden. Und da tut es natürlich auch unheimlich gut, zum Beispiel mit jemandem wie Jasper immer einmal im Monat auch mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich auszutauschen, Ideen zu ergründen, die man so gegenseitig hat. Und ja, mir hilft es ungemein, der einen einmal im Monat austauscht gerne öfter. Ja, und dann vielleicht noch ergänzend, haben wir ja schon lange im Netzwerk unsere digitalen Kanäle, auf denen wir sozusagen immer instant in verschiedenen Channels und Kanälen themenspezifisch uns austauschen, unsere gemeinsamen Sharepoints, wo wir einfach Dokumente, Inhalte, alles Mögliche hin und her teilen. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, dass Jugendtakt auch zu dem geworden ist, was es ist, was es ist, dass wir einfach diesen Open-Knowledge-Gedanken einfach wirklich durch und durch leben und ausleben und alles wirklich radikal teilen, radikale Transparenz in allen Bereichen haben. Und das hat es mir damals leicht gemacht. Ich glaube, das ist auch das, was Lisa jetzt beschrieben hat. Das macht einfach, es ist einfach die Hürde, auch für Organisatorinnen und Mentorinnen einzusteigen in Jugendhekt, ist einfach niedrig, weil du sofort auf einen, ja, auf satte, schön geackerte Bete sozusagen treten darfst und da mitpflanzen darfst. Ja, das habt ihr ganz schön beschrieben. Das ging jetzt gerade auch so ein bisschen runter wie Öl. Das Netzwerk ist total wichtig, auch hier wieder ganz viele Ehrenamtliche. Ich bin auch sehr dankbar. Ich sage auch ganz ehrlich, dieses Jahr war auch für uns alle sehr anstrengend. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass in bestimmten Stellen da wieder ganz viel Kraft und auch Power kam. Und ich freue mich auf jeden Fall und auf das nächste Netzwerk treffen, was wir im Januar dann auch remote wie sonst haben werden. Eine Sache sagen darf, möchte ich nochmal, natürlich ist, glaube ich, Jugendhekt unglaublich wichtig, dass man dieses ganze ehrenamtliche Engagement hat. Aber ich glaube, was man auch echt nicht vergessen darf, ist das Hauptamtliche und das Engagement, was hinter Jugendhekt steht, wo Menschen auch bezahlt werden für das, was sie tun. Denn ich glaube, das ist das, was auch eben diese langfristigen und wirklich festen Strukturen erst ermöglicht hat. Und ich glaube, da ist es immer wieder ganz wichtig, auch sich daran zu erinnern, dass das eben auch nur möglich ist, weil man unterschiedliche Förderinnen und Förderer hat, und sei das von öffentlicher Seite oder von privater Seite, die das Potenzial in diesem Programm erkennen und eben auch diese Stabilität ermöglichen, die es, glaube ich, wirklich braucht, um so ein offenes und transparentes und vielseitiges Programm am Leben zu halten. Danke, ich bin fast sprachlos. Klar, wir haben im Hintergrund hier in Berlin ein Programm mit natürlich auch sehr engagierte, hauptamtliche Mitarbeitenden. Viele kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon da draußen an den Endgeräten. Wir betreuen hier auch die Community, die Online-Community von den ganzen jungen Menschen auf Sulib, wo ja auch jeder und jede Teilnehmerin mit dabei sein kann, wo sie sich weiter austauschen über Projekte. Das wird betreut. Und natürlich, klar, damit das Programm so am Leben gehalten wird, haben wir Fördererinnen. Im nächsten Jahr werden wir die Deutsche Bahn Stiftung hier als Fördererinnen auch haben und für Heilbronn die Hannelore-Meyer-Stiftung und viele kleine andere Finanzierungsmöglichkeiten. Wir bekommen viele Spenden. Jetzt gerade in den letzten Adventssonntagen haben wir ordentlich auf Better Place nochmal beworben und sind da total dankbar, was da reinkommt. Genau, denn das finanziert unsere Stellen, aber auch viele, viele Sachen im Hintergrund. Denn pädagogische Konzepte müssen geschrieben werden, nochmal angepasst werden für die Labs. Es ist tatsächlich ähnlich, aber doch was anderes, wenn junge Menschen über einen längeren Zeitraum zusammenkommen und auch die MentorInnen. Wir wollen da innerhalb kurzer Zeit natürlich auch so viel wie möglich für junge Menschen rausholen. Das ist ja das, warum wir das überhaupt machen, um Lebensläufe positiv zu beeinflussen und zu verändern. Das hat die Lisa ja auch vorhin auch schon nochmal gesagt. Wir wollen, dass Jungtag ganz vielfältig ist. Wir werden im nächsten Jahr auch einen ganz dollen Schwerpunkt auf Diversity legen, um das auch wirklich mal einzulösen, mehr dafür zu tun, dass so viel wie möglich unterschiedliche Menschenperspektiven, Hintergründe, Wissen an Jugendtakt einfließen kann, um halt immer kleine Verbesserungsprojekte für die Welt zu bauen. Das war jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache und die führe ich auch gleich fort, denn in 2020 sind wir gewachsen mit den Labs, das habe ich schon vorhin gesagt. Also wir hatten in 2019 zwei Labs, sogenannte Pilot-Labs, wo wir erstmal getestet haben, ha, funktioniert das? Haben junge Menschen überhaupt Interesse, so wirklich regelmäßig zu kommen? Da haben wir echt super Erfahrungen im Verschwörhaus in Ulm und in Fürstenberg im Verstehbahnhof gemacht. Und in diesem Jahr haben wir eben mit Jasper in Heidelberg ein neues Lab eröffnet, mit Lisa in Heilbronn in Cottbus noch eins in diesem Jahr, mit Christopher und Gordon, die da ehrenamtlich ganz viel tun. Und wir werden im nächsten Jahr weiter wachsen. Denn wir möchten, dass Jugendtakt und vor allem die Labs und der Spirit dahinter und auch der ganze Gedanke so viel wie möglich Orten wirken kann. Und deswegen haben wir uns als Ziel gesetzt, mindestens zehn neue Labs im nächsten Jahr zu eröffnen. Und das ist, da werden wir ganz schön rödeln hier in Berlin, im Team, aber auch viele Menschen draußen, weiterhin vor Ort. Das wird für uns eine herausfordernde Zeit. Gerade, weil wir nicht genau wissen, wie funktioniert das? Können wir das, werden wir mal analog wieder die Türen öffnen oder nicht? Ich kann aber jetzt schon sagen, wer Lust hat, einen Jugendtag-Club im ländlichen Raum vor allen Dingen zu eröffnen. Denn da sind ja eigentlich die meisten jungen Menschen, ich will nicht sagen abgehängt, aber sie haben die wenigsten Möglichkeiten, dort sich zu verwirklichen. Es gibt die wenigsten Angebote. Es ist eine total doofe Infrastruktur, wo dann irgendwie Mama oder Papa oder Oma oder Opa sie mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Wir möchten probieren, an so viel wie möglich Kleinorten eben auch Labs zu eröffnen. Und wenn ihr Interesse habt und selber vielleicht schon so einen kleinen Makerspace habt, könnt ihr gerne euch im nächsten Jahr bei uns bewerben. Wir haben geplant, zwei Calls für Applications zu machen, eine im Frühjahr und eine im Herbst. Und dann machen wir so eine kleine Bewerberrunde, gucken, was ist da schon vorhanden, wie können wir unterstützen. Und dann werdet ihr Teil dieses wunderbaren Netzwerkes und werdet vielleicht irgendwann Lisa und Jasper auch mal persönlich treffen. Das ist unser Ziel. Zehn Events haben wir in Deutschland, Österreich und Schweiz zusammengenommen. Und wenn wir nächstes Jahr es schaffen, zehn Labs zu eröffnen, glaube ich, wird Deutschland so ganz langsam so ein Jugendhaktland auch werden. Aber das ist unser Ziel. Wie ist denn letztendlich noch mal kurz über die Menschen zu sprechen, die tatsächlich die Zielgruppe sind, also die Menschen, die am meisten profitieren von den Labs? Ich würde gerne noch mal über die jungen Menschen vor Ort sprechen. Wie ist es denn? Also wenn sie nicht kommen würden, dann würden ja die Labs nicht existieren oder wäre auch nicht der Bedarf sozusagen da. Wie ist denn die Rückmeldung von denen? Fühlen die sich wohl bei euch? Wie aktiv können die sich einbringen? Gibt es viele Mädchen, die da teilnehmen? Jasper, magst du mal anfangen? Ja, gerne. Also bei uns, ich war super happy darüber, dass wir tatsächlich anders sogar als bei den Events dieses Mal wirklich eine fast 50-50-Verteilung von Jungen und Mädchen hatten, was wirklich was Besonderes ist in diesen Technik- und IT-Angeboten, die auf Freiwilligkeit basieren. Das ist was, wo wir auch schon mal schon hier bei uns im Makerspace am Kämpfen sind, hier junge Mädels mehr reinzubringen. Und genau, ich meine, was jetzt natürlich die Mitgestaltung anbelangt, so sind wir da gerade jetzt pandemiebedingt einfach, ja, ist ein bisschen limitiert, weil es natürlich einfach irgendwie wichtig ist, dass man auch ein rundes, dann doch gut vorbereitetes Setting hat, damit das online gut funktioniert. Spontanität und remote, viele Jugendliche und Technik arbeiten, alles zusammen ist ein bisschen schwierig. Da brauchst du einfach eine gute Organisation und eine gute Grundlage sozusagen, damit man da arbeiten kann. Wir hoffen natürlich jetzt, dass wir das, je erfahren wir auch und je vertrauter wir in der Gruppe werden, dass da einfach da wachsen natürlich die Gestaltungsspielräume. Und was das Feedback anbelangt, so waren die Jugendlichen aber auch bisher sehr dankbar eigentlich für gut vorbereitete Inputs und dann viel Zeit zum Tüfteln und eine gute Betreuungsquote, die auch gerade online sehr wichtig ist. Und genau, ich meine, ich bin immer wieder überrascht, wie, also gerade Jugendhack zieht, glaube ich, auch einfach Jugendliche an, die sich eben wirklich für Technik und diese Sachen eben wirklich begeistern und interessieren und dass mal selbst ein halbstündiger Input und irgendwie nur auf den Screen schauen und irgendwie, wo man irgendwie manchmal schon denkt, die müssten doch eigentlich schon längst abgeschaltet haben, die einfach wirklich voll konzentriert dabei sind und mit vielen Nachfragen kommen, was immer ein positives Zeichen ist. Und ich glaube, das, was Lisa auch beschrieben hatte, dass man sozusagen merkt, wie die Jugendlichen auftauen, vertrauter werden, sich mehr einbringen, verbal, mit Bild und Kamera. Das ist, glaube ich, einfach ein total gutes Zeichen und auch das, dass sie wiederkommen. Gerade gestern hatten wir uns so einen offenen Lab-Abend, wo zwei der Teilnehmerinnen auch gesagt hatten, sie fühlen sich einfach gerade ein bisschen isoliert. Wir haben immer so eine Check-in-Runde am Anfang, wo jeder sagt, wie es dem gerade so geht. Und zwei haben ganz deutlich gesagt, sie fühlen sich einfach gerade ein bisschen isoliert und haben sich total auf diesen Abend jetzt gefreut, ein bisschen sozialen Kontakt zu haben und gleichzeitig einfach noch ein bisschen was zu lernen und weiterzumachen. Ja, wunderbar. Wie ist es bei dir, Lisa? Ich würde mich da Jaspers Erfahrungsschatz auch anschließen. Ich erlebe die Jugendlichen als sehr ehrgeizig, sehr, ja, ehrgeizig ist fast schon das richtige Wort, obwohl es ja eigentlich nicht um Leistung geht. Wir wollen ja, dass das so aus einer inneren Motivation heraus passiert. Aber die sind wahnsinnig neugierig und offen, was ja auch so wichtig ist, dass man sich das ein Leben lang bewahrt, neugierig zu sein, offen zu sein. Und es ist so schön, wenn man das noch, ja, wenn man es erlebt. Und bei uns ist es tatsächlich auch, dass wir zwischen 40 und 45 Prozent Mädchen haben, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil wir natürlich auch betont niederschwellig angefangen haben und gehofft haben, eben auch außerhalb dieses klassischen Publikums, was sich vielleicht eher für IT und Technik interessiert, eben außerhalb dieses klassischen Kreises auch andere Jugendliche zu erreichen. Und auch wir hatten vor zwei Tagen eine Veranstaltung, wo es besonders schön war zu beobachten, dass die Jugendlichen anfangen, auch aus ihrem privaten Umfeld zu erzählen, wie es ihnen gerade in der Familie geht, ob es der Oma vielleicht gerade nicht so gut geht, wo wir erleben, dass dieser Schutzraum, den wir versuchen anzubieten, auch genutzt wird und geschätzt wird. Und es gibt eben, es gibt einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. An welche Altersgruppe richtet sich denn bei euch die Labs? Also wir hatten ja tatsächlich gesagt von 12 bis 17, aber wir haben jetzt auch TeilnehmerInnen, die sind eben von 10 an, weil eben der Bruder seine kleine Schwester mitbringt. Und da sind wir natürlich die Letzten, die sagen, nein, die Nele muss den Computer auslassen und freuen uns, wenn auch die Zehnjährige da schon sitzt und genauso fix dabei ist, wie eben ihr 13-jähriger Bruder. Ja, super cool. Und das Schöne ist ja auch, Jugendhackt endet ja für die TeilnehmerInnen nicht, wenn sie 18 Jahre alt werden. Wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig, wenn diejenigen, die eben diese Grenze überschritten haben, als MentorInnen dabei sind. Die kennen Jugendhackt dann schon, die kennen natürlich auch einige der jüngeren TeilnehmerInnen schon. Und da macht es natürlich Spaß, wenn die Jugendhackt auch treu bleiben. Ihr beide habt gerade was ziemlich Wichtiges, glaube ich, auch nochmal angesprochen, dass Jugendhackt auch einen Schutzraum bildet und auch gerade die Labs. Gerade durch wiederkehrendes Interagieren miteinander, kann man sich kennenlernen, intensiver kennenlernen und da entsteht ein Schutzraum, der auch gerade sehr gewollt losgelöst ist von den Eltern, ein sehr gewollt losgelöstes, eigentlich aus diesem sehr schulischen Kontext, wo junge Menschen nochmal eine andere Identität auch sich vielleicht aufbauen können, ohne voreingenommen zu sein oder ähnliches und neue Menschen kennenlernen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt bei Jugendhackt. Und ihr beide habt es gerade sehr gut beschrieben, was es eigentlich für junge Menschen bedeutet, dass sie sich auch öffnen. Und das als tatsächlich nicht nur einen technischen Raum, sondern einen sozialen Raum begreifen. Super. Unsere Zeit ist jetzt schon um. Aber ihr wollt bestimmt, wollt ihr noch was sagen? An alle da draußen? Ja, an alle da draußen. Ich würde mich tatsächlich dem anschließen, was du gerade nochmal gesagt hast. Und ich glaube auch, was das Tolle an Jugendhackt ist, ist genau diese Verbindung aus den Inhalten, aus den Begegnungen, aus den unterschiedlichen Generationen, die da aufeinandertreffen. Und dass es eben sozusagen wirklich ein Gesamtkunstwerk ist, in dem wirklich Platz ist für eine wirkliche persönliche Entwicklung. Sowohl was das Wissen anbelangt, was aber auch die eigene Identität, die eigene Haltung zu Themen und so anbelangt. Und eben auch wirklich ein Lernen zwischen den Generationen stattfindet. Und ich glaube, von genau solchen Kontexten können wir zurzeit überhaupt nicht genug haben. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr über diese tollen Wachstumspläne von den Jugendhacktlabs. Und ja, freue mich auch sehr. Das, was jetzt vielleicht noch an alle interessant ist, das wirklich Gute an Remote, ist natürlich das, ganz egal, ob ihr jetzt in Buxtehude, Hamburg, in der Nähe von München, in Salzburg oder in einem kleinen Dorf im Erzgebirge oder sowas seid. Ihr könnt alle an den Jugendhacktlab-Events teilnehmen, denn sie sind ja gerade remote. Also schaut wirklich mal auf die Website jugendhackt.org und guckt, was da für Angebote sind. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und ja, kommt im Lab vorbei. Und auch wirklich nochmal, an das Angebot oder den Aufruf, den Mechthild gestartet hatte, sich für eine Lab-Einrichtung zu bewerben. Genau. Jeder, der irgendwie in dem Kontext ein Makerspace... Wir haben Jasper verloren. Wir haben Jasper verloren. Oh Gott. Er ist auf jeden Fall in unserem Herzen. Ich wollte gerade sagen, ich würde im Herzen jetzt nach außen tragen und seine Aussage fortsetzen. Weil auch ich richte mich natürlich an die Jugendlichen da draußen, weil wir mit Jugendhackt einfach Raum bieten für eure Ideen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lust habt, einfach auch Räume zu finden, wo ihr gehört werdet, dann ist Jugendhackt eben genau das Richtige, weil wir euch eben zeigen wollen, dass die Welt da draußen vielleicht tatsächlich genau auf eure Idee wartet, auf euer Wissen. Weil jeder kann mit seiner Kreativität und mit seinem Wissen Dinge verändern oder Dinge erschaffen erst mal. Und ich glaube, das ist auch eben so ein Grundgedanke von Jugendhackt, dass jeder selbstwirksam werden kann und gemeinsam mit anderen großartige Dinge erschaffen kann. Wow, das war echt schon fast das Wort zum RC3, Vicky Packer, WG hier. Vielen Dank für die coole Bühne, die du hier uns geboten hast sozusagen, Lisa, mit dir gefüllt hast sozusagen. Schade, dass ich Jasper jetzt tschüss sagen kann und danken kann für den Beitrag, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Das war es mit unserem kleinen Input und der war voraus aufgezeichnet und jetzt geht es gleich in so eine kleine Q&A. Also, das wird wieder live sein. Ich sage tschüss nach Heidelberg und tschüss nach Heilbronn. Hey Jasper, wir sind gerade dabei tschüss zu sagen. Cool, dass du da warst. Vielen Dank. Man sieht auch bei uns, es ist menschlich. Wir sind nicht perfekt, bei uns hakt die Technik auf. We are the robots, falls es noch jemand kennt. Okay. Macht's gut. Kommt gut ins neue Jahr. Bis bald. Wir sind da nach dem Talk. Mechthild habt ihr ja gerade gesehen und Daniel Domscheid-Berg ist auch hier. Den habt ihr vielleicht heute früh schon mal bei uns im Stream gesehen. Vielleicht sagst du einfach mal, Daniel, warum du hier mit in der Runde sitzt. Du warst ja bisher in diesem Talk gerade nicht dabei, aber du hast auch eine Rolle. Ja, also ich glaube, ich bin dabei, weil wir mit dem Verstehbahnhof hier in Fürstenberg ja eines der beiden ersten Labs waren. Das Verschwörhaus in Ulm, das ja quasi gerade auch Gastgeber dieses Streams hier ist und der Bühne. Und wir hier in Fürstenberg im Verstehbahnhof waren die ersten beiden Labs, die als Jugend-Hack-Labs gegründet wurden. und ich glaube, es war so ein bisschen die Idee, so aus dem täglichen Betrieb vielleicht was sagen zu können, wie ist das, wenn man so ein Lab aufbaut, was finden wir gut, was finden wir ganz schlecht. Ja, so alle diese Dinge hier mal an der Missionskritik oder vielleicht einfach auch Fragen beantworten zu können für alle, die sich wundern, wie man das selber machen kann, auf was man achten sollte und so. Also von daher freue ich mich natürlich hier auch dabei zu sein, denn wir sind gerne mit euch gemeinsam in dieser Aktion unterwegs. Genau, und Mechthild, meine Kollegin, habt ihr eben schon gesehen. Ich sage noch mal kurz für alle, die uns zuschauen, ihr könnt uns jetzt noch Fragen stellen im IRC, wie auch immer, und mit dem Hashtag RC3WGPAKA, dann versuche ich, die noch reinzubringen. Wir können ja vielleicht gleich mal sagen, ihr wart sozusagen bei den, was wir internen Pilotlabs genannt haben, am Anfang dabei. Da haben sich sehr viele beworben, ganz am Anfang. Da kann ich ja gleich mal direkt zu einer Frage übergehen, die Stefan uns gestellt hat aus Erfurt. Die hatten sich vor zwei Jahren auch für diese Pilotlabs beworben. Da konnten wir ja leider nur zwei auswählen. Aber Mechthild, du hast ja auch gesagt, es geht weiter mit den Labs. Wie stehen denn jetzt die Chancen, fragen sich die Leute, zum Beispiel in Erfurt, dass Jugendhakt auch nach Thüringen kommen könnte? Was sind da die Sachen, die getan werden müssen? Also wir freuen uns natürlich über Interesse, besonders aus Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern. Und Brandenburg weiterhin. Da möchten wir auch im nächsten Jahr einen Fokus setzen. Auch unsere Förderinnen, also die Deutsche Bahnstiftung, wünscht sich das sehr, dass wir in den Ländern, Bundesländern, aktiver sind. Wir werden im ersten Halbjahr 2021 ein Call for Applications starten, starten, also so alles, was ihr schon mal durchgemacht habt, in Erfurt. und dann noch mal auswählen. Vorher wollen wir ein paar Kriterien erstellen. Also was braucht es, um ein Jugendhakt-Lab zu werden? Das heißt noch nicht, dass ihr alles schon sein müsst, denn wir werden euch bei diesem Weg hin zum Jugendhakt-Lab natürlich begleiten. Aber was braucht es vorher zum Beispiel? Also es wäre schon ziemlich gut, wenn es einen kleinen Space gibt, wo ein paar Geräte sind oder wenn es vielleicht ein Makerspace ist, sollte natürlich bestimmten Kriterien sprechen. Wäre natürlich toll, wenn ihr vor Ort schon ein paar ehrenamtliche Helferinnen habt, die MentorInnen sein könnten oder jemand, der sich, der tatsächlich wie so ein kleines Projekt dann eben leitet und mit uns im Kontakt ist. Das werden so eine kleinen Kriterien sein, wo wir anhand deren wir die Bewerbung dann letztendlich auch praktisch bemessen und dann gucken wir, okay, wir werden im ersten Halbjahr, denke ich mal so, drei bis fünf Labs auswählen und dann machen wir noch einen zweiten Call für Applications im zweiten Halbjahr und dann den Rest auswählen, sodass wir vielleicht bis zehn, vielleicht auch mehr Labs im nächsten Jahr eröffnen können. Aber natürlich auch aus allen anderen Bundesländern. Ja, und ich denke mal, es ist labs.jugendhakt.org, da könnte man vielleicht hinten mailen, oder? Wenn man das jetzt gerade sieht und das nicht vergessen will, oder? Oder greife ich da vor? Nee, du greifst da nicht vor. Das ist ein guter Punkt, genau. Also die Leute können sich natürlich irgendwie bei uns melden und vorab schon auch mal Fragen stellen. Aber an sich werden wir diesen Call für Applications dann erst im ersten Halbjahr praktisch dann launchen über alle möglichen und unmöglichen Kanäle. Genau, also wer jugendhakt folgt hier und da, der kriegt das mit oder meldet euch einfach vorher bei uns per Mail, dann versuchen wir auch dran zu denken, euch da zu informieren. Daniel, vielleicht kannst du ja nochmal sozusagen aus der Erfahrung jetzt sagen, wir haben jetzt von Jasper und von Lisa gehört, wie das denn bei euch im Verstehbarenhof läuft mit dem Lab. Also bei uns ist vom Prinzip, der Modus war ja, also ganz am Anfang der Wunsch, dass man einmal im Monat eine Veranstaltung macht, damit dieses, dass man wegkommt von den Hackathons, die nur einmal jährlich stattfinden, zu einem stetigeren Angebot. Wir haben das bei uns hier eigentlich so gelöst, dass wir mindestens zwei Angebote pro Monat haben, also immer, das ist jeden zweiten Samstag dann, eine Mischung aus Workshops, die wir organisieren. Wir haben mit Simon hier einen ganz fantastischen Koordinator, der sich um alles kümmert, der fachlich super gut aufgestellt ist und da gute Workshops vorbereitet und dann wechselt sich das in der Regel ab mit offenen Terminen, wo wir einfach den jungen Leuten hier aus der Gegend so den Space geben, dass sie sich gemeinsam treffen können, um an ihren eigenen Projekten zu arbeiten und das ist ja eigentlich auch das, wo wir so ein bisschen hinwollen, wo auch Jugend Hack, glaube ich, hin will, das also sehr auch durch intrinsische Motivation geprägt ist, also jetzt nicht irgendwie Formate vorsetzen, so eine andere Art von Bespielung oder Bespaßung für Jugendliche zu werden, sondern mehr dieses Peer-Learning, Jugendliche, die eigene Ideen haben, dazu enablen, mit ihren Gleichgesinnten und Gleichaltrigen irgendwie gemeinsam diese Projekte zu verfolgen und dafür sind diese offenen Termine eigentlich ziemlich gut. Das ist jetzt natürlich Corona-bedingt, alles die letzten Monate oder das ganze letzte Jahr eigentlich sehr schwierig gewesen. Wir haben dann alle in Ulm ja auch versucht, auf irgendwelche Online-Formate umzustellen, das ist eine ganz andere Herausforderung nochmal, aber ich denke, insgesamt ist die Lernkurve da sehr steil und das funktioniert gut. Und ich finde es immer interessant, eigentlich auch im Austausch mit Ulm zu sehen, dass es eben ganz anders ist bei uns oder in Ulm anders ist als hier und wahrscheinlich in jedem Lab wieder anders läuft als woanders. Wir sind halt dadurch, dass wir hier in Brandenburg auf dem Land in so einer sehr strukturschwachen Region sind, sieht bei uns die ganze Nutzung dieses Labs, glaube ich, anders aus als in Ulm, wo das halt in der Innenstadt ist, in einem städtischen Umfeld. Und das sind, glaube ich, alles Erfahrungswerte, die halt auch nochmal super spannend sind. Und das ist was, was mich auch ganz besonders stolz macht eigentlich hier. Wir haben jetzt keine riesigen Teilnehmerzahlen, aber ich glaube, für die Kerngruppe von irgendwie sechs aufwärts Teilnehmern, die ganz regelmäßig da sind, für die sind wir halt trotzdem so genau das Richtige. Und das ist auch eine total gute Sache. Also, das am Anfang haben wir uns beim, immer so ein bisschen Gedanken gemacht, wie misst man jetzt den Erfolg von sowas? Aber ich glaube, wenn man feststellt, dass für so ein paar Leute das genau der Ort ist, der ihnen gefehlt hat, mit ihren Dispositionen und Interessen, dann ist das schon eine ganz runde Sache. Das klingt super. Mechthild, möchtest du da noch was anhängen? Ja, ich habe gerade daran gedacht, dass tatsächlich das Spannende eben an den Labs ist, dass wir an sehr unterschiedlichen Orten sind. Wir haben es einerseits gesagt, das ist Ulms Verschwörhaus städtisch, es ist sehr sichtbar, es ist an einem sehr präsenten Ort sozusagen. Fürstenberg ist auch präsent, weil es direkt an einem Bahnhof ist oder der Bahnhof ist. Am Bahnhof, ja. Aber es ist natürlich ein viel kleinerer Ort und wo Jugendliche aus unterschiedlichen vielleicht Vororten beziehungsweise Dörfern sogar kommen. Dann haben wir mit Jasper und Lisa, haben Sie ja schon vorhin auch beschrieben, auch wieder Heidelberg, wir haben Heilbronn, da ist die Anbindung an der Hochschule, mit Cottbus auch an der Hochschule. Also wir wünschen uns einfach an so viel wie möglich unterschiedlichen Orten, Labs, um halt so viel wie möglich unterschiedliche Türen öffnen zu können, um ganz viele unterschiedliche junge Menschen eben zu erreichen. Und tatsächlich setzen wir nicht auf Masse, sondern das ist tatsächlich, also wenn wir die Lebensläufe von sechs jungen Menschen aus Fürstenberg und Umgebung positiv beeinflussen können, ist das wahnsinnig viel. Denn diese jungen Menschen geben das ja auch wieder weiter an ihr Umfeld. Und deswegen finde ich das auch nochmal eine spannende Frage, zu fragen so, ja, was ist denn unser Erfolgskriterium? Ich finde, unser Erfolgskriterium ist tatsächlich zu sehen, wie jedes einzelne Individuum sich da so ein Stück weit daran wächst, sich einbringen kann und ja, und weiterentwickelt. Ich habe nochmal, also wir haben noch die Möglichkeit, Fragen zu beantworten. Jetzt habe ich keine mehr in unserer Pipeline. Also ich habe eine, aber die richtet sich an Jasper aus Heidelberg. Wie viel sie mit dem dortigen Bio-Hackerspace zu tun haben, da würde ich, wenn du das gefragt hast und jetzt gerade zuhörst, dich bitten, das vielleicht nochmal nicht hier, sondern an Jasper direkt zu schicken. Du findest ihn, glaube ich, über den Makerspace des DAI in Heidelberg und kannst ihn da auch erreichen. Ansonsten versuchen wir das gerne auch nochmal weiterzugeben. Aber das kann diese Runde gerade halt nicht klären. Aber ja, generell sind da natürlich sehr viele Seilschaften und Verknüpfungen auch in diese gesamte Hacker-Szene hinein. Das ist dann sicherlich ein guter Punkt, um das nächste Projekt an den Start zu bringen mit Jugend CRISPR. Sicherlich auch ein erfolgversprechendes, wegweisendes Programm mit viel Impact auf die Zukunft. Ne, ihr habt ja ziemlich viel bei euch, aber ein Bio-Hacking-Lab habt ihr noch nicht, oder? Im Bahnhof? Ne, wir hatten mal eine Projektwoche. Da haben wir gecrispert, in der Tat. Das ist aber jetzt auch schon drei Jahre her oder so. Das war auch noch nicht hier im Bahnhof. Und ich würde das total gerne machen. Und gleichzeitig, wir haben ja jetzt gerade hier unten dieses Videostudio ausgebaut. Also, das ist jetzt auch, das ist das, was ich so fantastisch finde übrigens. Das muss ich jetzt gerade noch loswerden bei dieser ganzen Sache mit uns und Jugendhacken und so. Dass das irgendwie alles, ohne dass es diesen Masterplan gibt, greift alles wie so Rädchen in einem komplexen Getriebe ineinander. Und irgendwie ist es immer, als hätten wir uns abgesprochen so. Und jetzt kommt im nächsten Jahr ja auch so die Idee, dass wir gemeinsam irgendwelche Untermaterialien vielleicht produzieren, wenn wir uns Richtung Open Educational Ressources gehen. Und wir haben gerade hier unten so ein Studio gebaut, wo wir auf einem ganz anderen Level jetzt nochmal Aufzeichnungen, Dokumentationen machen können oder eben auch zum Beispiel so ein digitales Klassenzimmer bereitstellen. Aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen traurig, ist das jetzt eigentlich der letzte Raum, der uns hier im Bahnhof geblieben ist. Also wir haben noch so einen Keller, der ist aber richtig runtergerockt. Und wir überlegen die ganze Zeit schon, ob man da noch eine Fräse unterbringen könnte. Aber uns geht jetzt ein bisschen der Platz aus. Und deswegen muss das Bio-Hacking-Lab eigentlich halt woanders hin. Da muss man jetzt mal ein bisschen überlegen halt. Werbe natürlich, das wäre total fantastisch. Also ich glaube, von allen Themen, mit denen man sich heute auseinandersetzen kann, ist CRISPR bestimmt so, dass eines der ganz zukunftsträchtigen, wo auch wirklich viel, viel ginge, wenn man das für gute Sachen einsetzt und es sind wichtig, die Leute, die irgendwie damit beschäftigen. Genau. Mal sehen, wie wir da denn mit genetischem Code die Welt verbessern können. Ja. Mit sozusagen allen üblichen Jugendhackt, der Hacker-Innen-Ethik und dies und das. Ich glaube, wenn wir keine Fragen haben, dann müssen wir jetzt sozusagen nicht hier die Zeit rumbringen. Es wird jetzt keine sozusagen interne Q&A-Runde mehr geben. Das heißt, die letzte Chance, hier noch was loszuwerden. Ansonsten sind wir alle natürlich nicht aus der Welt. Das heißt, Jugendhackt könnt ihr erreichen über jugendhackt.org und alle möglichen Kanäle. Daniel Domscheit-Berg ist auch kein Unbekannter. Den Verstehbahnhof findet ihr sowohl auf der Landkarte, im DB-Netz und auch überall im Internet. Das heißt, wir freuen uns über Kontaktaufnahme auch natürlich zu jeder Zeit. Und wenn die Situation es zulässt, dann würde ich auch sehr empfehlen, zum Beispiel den Verstehbahnhof auf jeden Fall mal zu besuchen. Sehr gut gelegen an der Strecke zwischen Berlin und Rostock. Und man steigt aus dem Zug und ist da. Also das ist ein Luxus, den wenige Locations haben. Sehe ich genau so. Danke auch. Also war nett mit euch mal wieder. Und bis bald dann hoffentlich in live. Ja. Irgendwann. Ich kann es kaum erwarten, Daniel, dich dann auch mal wiederzusehen und dann noch dein ausgebautes Studio. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Danke, Daniel. Bis bald. Danke. 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 Danke.